Wir sind zurück bei Ice Cream 2 und heute werden wir das Mädchen auf jeden Fall retten, Leute. Zwei Versuche hat gedauert und beim letzten Mal habe ich das nur nicht hinbekommen, weil ein Item auf einmal verschwunden ist. Das war ziemlich ärgerlich. Ich habe geweint danach, okay? Ich gebe es zu. Aber ich habe so viel geweint, dass ich nur 5.000 Tücher gebraucht habe, okay? Nicht 4, nicht 6, sondern 5. Das geht noch. Nun, lass uns das kleine Mädchen nicht retten und diesen blöden Eismann eliminieren, okay? Weil, was soll das? Wieso würde er sowas tun? Also, Abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr ändern zu verpassen und damit er dich der Eismann niemals erwischt. Weil, das willst du nicht. Und lass uns noch umdrehen für mehr Videos. Okay, wir sind wieder zurück, Leute. Erstmal können wir das Bett machen. Ich erinnere mich sehr gut. Wir nehmen das und müssen das Fenster aufmachen. Ich kann eigentlich fast alles überspringen, ehrlich gesagt. Jetzt machen wir das hier ran. Wunderschön. Oh, lecker Kekse. Okay, lass uns unten gehen, Leute. Whatever, man. Nimm die Karte. Geh schnell rein, okay? Okay, wir haben es geschafft, reinzukommen. Vorhin gehen wir zuerst. Ich glaube, zum Zirkus wäre am besten, ne? Ja, lass zum Zirkus gehen. Nun, als allererster sollten wir in diesen Behältern nachschauen, denn dort kann sich eine Schlüsselkarte befinden. Hier ist Nix. Er hat mich gefunden, okay? Schön für ihn. Soll er sich davon einen Keks kaufen, dass er mich gefunden hat? Das Ding ist, ich bin jung und knackig, okay? Ich kann schnell rennen. Eher nicht. Nächster Behälter. In einer dieser Behälter ist er drin, auf jeden Fall. Oh, ihr habt es gefunden. Sehr schön. Ich werde das mal benutzen, Leute. Wo war er jetzt? Da hinten, okay. Wir machen das hier auf. Und ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da rausgehen. Ich will erst mal zu ihm nach Hause gehen, weil das der nächste Ort ist. Ich hoffe, er wird nicht zu schnell nach Hause kommen, Leute. Aber er bleibt erst mal fern. So schnell reingehen. Oder wenn er eine Alarmanlage hat, wäre auch nicht so geil. Dann lass mal kurz nachsehen. Überall kann ja was sein, ne? Aber hier ist meistens Katzenfutter drin, ne? Oder dieses Mal anscheinend nicht. Na, super. Behälter. Oh, hier ist Katzenfutter drin, ne? Schön. Schön weiter nachsehen, Leute. Ist er hier reingekommen? Mal lieber die Tür zu. Ich höre ihn. Na, super, ey. Oh, da haben wir es. Aufhänger. Den, okay, wir wissen jetzt, wo zwei Sachen sind. Ich nehme zuerst das Katzending. Oh, er ist dort. Oh, Mann. Stell nach oben. Hier sollten wir relativ sicher sein fürs Erste. Kann ich hier irgendwie runtergehen oder nicht? Lass mal kurz checken, Leute. Wie das geht. Oh, das geht sogar krass. Ich weiß schon mal, wo zwei wichtige Sachen sind. Aber ich muss diesmal nicht für die Werbung schauen, glücklicherweise. Wir gehen als nächstes ins Kino. Warte mal. Eine Katzenfutter, das war falsch. Falsch, falsch. Wir müssen zu Friedhof, natürlich. Wir gehen hier raus. Jetzt packen wir das schnell hier hin. Ja, schön, Leute. Jetzt warten wir, bis die Katze runterkommt. Und dann müssen wir ins Kino. Komm her, Katze. Oh, die ist so süß, ne? Oh, wie niedlich auf jeden Fall. Kino, jetzt Kino. Ja, ja, halt dich raus. Ihr werdet dich ja schon, okay? Mann, die beschwert sich jedes Mal. Ist das hier jetzt, ne? Ich hoffe nicht, Leute. Ich würde den hier machen, nice. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht, oder? Ich schaue nochmal ganz kurz nach zur Sicherheit. Ich glaube, hier war nicht mehr, Leute. Oh, oh mein Gott. Ihr habt es gesehen, wie ich mich schreckt habe, oder? Crazy, Leute. Da war ein Kofferraum auf jeden Fall. Ich will da sehen, was da drin ist. Okay, warte, lasst mich hier mal checken, ob hier noch mehr Sachen sind. Boah, in jedem dieser Autos kann was sein, ne? Okay, hier haben wir Essiggurken. Wer packt bitte Essiggurken in seinen Kofferraum? Nicht mehr nicht schmecken. Das gebe ich zu, aber wieso? Rubik's Cube und ein Spielzeug. Oh, in jedem dieser Autos könnte etwas sein. Und vor allem, wieso sind alle Kofferräume von jedem Scheißding hier offen? Oh mein Gott, du bist echt schnell. Schneller hast du gedacht, ehrlich gesagt. Ganz kurz, ich wollte gucken, ob hier was drin ist. Ja, ja, okay. Wo ist er? Da hinten, okay. Inachsenschlüssel, das wird sehr wichtig sein. Aber zuerst wollen wir... Ja, eigentlich können wir das hier lassen, oder? Hm, bitte lass mich hier Ruhe, okay. So, als nächstes gehen wir, ab wohin nochmal? Wir können das Item beim Flito fallen lassen, Leute. Das sollte gehen. Ich hoffe, das bleibt da und verschwindet nicht einfach so. Ich vertraue jetzt immer mal, Leute, okay? Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück ins Kino. Und werden erstmal den Inachsenschlüssel holen. Oh, das war die falsche Stelle, ups. Ah doch, das war die richtige, was tue ich da? Oh nein, wo ist er? Da ist er, okay. Gib mir den Schlüssel. Nice, danke. Crazy, Alter. Ich kann nicht glauben, dass ich den wirklich immer noch gruselig finde. Eine Stelle will ich doch kurz auschecken, und zwar... Kann man hier... Ah, nee, da kann man nicht hoch, okay. Ups. Upsi, dupsi. Ist das ein Coca-Cola-Truck? Ich glaube, ja, ne? Ja, das soll Coca-Cola sein. Ich würde gerne zurück in deinen Eiswagen gehen. Ab in den Zirkus. Okay, wir kommen gut voll an, auf jeden Fall. Wo ist er? Ah, da hinten, okay. Kann ich zu ihm nach Hause gehen, ohne dass er mich sehen wird? Könnte sein, Leute. Mit sehr viel Glück. Warte mal, ich packe erstmal das hier hin. Ah, ist das eine gute Stelle? Nein. Okay, warte, lass mich ganz kurz die Sachen holen. Finde ich es nochmal. Da ist es. Ich kann rausgehen. Oh, oh. Oh mein Gott, er geht doch da oben. Oh mein Gott. Ich hab mich so erschreckt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass er nach oben geht. Komm zurück hier lang. Okay, danke. So, jetzt verarsch ich ihn mal. Jetzt gehe ich nach oben. Okay, das habe ich hier gelassen. Das werde ich mir merken. Solange keine Items verschwinden, ist alles gut. Aber ich bin nicht Paranoid, okay? Okay, ah, das... Oh, na. Ha, verdammt. Verkackt. Einfach verkackt, Leute. Komm nochmal. Und... Lass los. Yeah. Perfekt. Okay, warte. Erstmal können wir das zur Seite schieben. Dann können wir das hier aufmachen. Und drunter geht's. Perfekt, Leute. Als nächstes werden wir das hier aufmachen, das Tor durchgehen. Das nächste Tor aufmachen. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt haben wir hier das Teil. Aber, das werden wir hundertprozentig gebrauchen. Nur, als allererstes will ich erstmal diese Tür hier öffnen, weil dann können wir jetzt den neuen Gegenstand holen. Das war ziemlich geil, okay. Jetzt können wir das hier fallen lassen, brauchen wir nicht. Aber ich merke mir, wo es war. Wo ist er? Ich würde gerne wissen, wo er ist, hätte ich gesagt, bevor ich hochgehe. Er ist bei sich zu Hause, okay. Er sieht einen immer echt schnell, ne? Aber das ist eine gute Taktik, hier einmal um sein Haus zu gehen. So merkt er, er ist einfach dumm, okay. Okay, dann haben wir hier den Innenachsenschlüssel, danke. Genau, Perfüllen brauchen wir auch noch. Vergehabe ich... Oh, ich bin falsch. Warte mal, kann ich nicht irgendwie... Ups. Ich kann ja hier runtergehen, ne? Oh, was ist... Alter, das hat mich voll erschreckt. Ich gebe zu, ich bin leicht angespannt, okay. So zu 2% ungefähr. Ja, dann kommen wir hier hin und jetzt können wir diesen Schrauben hier einfach abmachen. Auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir den Gaskanister, den wir für eine bestimmte Stelle brauchen. Er ist hier in der Nähe. Wo war aber nochmal das Parfüm? Das habe ich vergessen, Leute. Gehen wir erst mal zu Friedhof, würde ich sagen. Wir sind dort. Oh, da ist er, okay. Aber das ist nicht schlimm, wir können das hier dran tun. Perfekt. Okay, dann gehen wir hier durch und hauen erst mal wieder ab, okay. Wir müssen hier ja nicht lange bleiben. Stimmt, Kerzen brauchen wir auch noch, erinnere ich mich. Viele Sachen. Okay, dann nehmen wir aber das hier. Okay, er kann dort sein. Ich werde jetzt mal das hier dran machen. Jetzt brauchen wir noch Streichhölzer, ne, genau. Perfüm, wo war das nochmal? Au, das war im Kino. Ach, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich jetzt. Oh, na, super in den Autos, ne. Das wird ein Spaß. Dann müssen wir jetzt in jedem Auto nachschauen, ey. Da haben wir es ja. Das war so ein Teddy, wie süß. Oh nein, ich muss raus. Oh, er hat mich gesehen, Leute. Ich konnte da nicht drin bleiben. Ich kann auch nicht abhauen, wenn er mich sieht. So, wir gehen jetzt wieder in den Chokos zu unserer Gang. Jetzt gehen wir hier rein. Hi, Leute. Reden mit ihm, denn er für das Perfüm gibt er mir... Ah, genau, ich weiß, was er mir gibt. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Hier hast du etwas. Danke. Und er gibt mir den Türknopf. Den kann ich gebrauchen, aber ich weiß nicht, dass wir hier fallen lassen. Okay, hier war er. Wer verschwindet, Leute? Wir brauchen aber nicht mal die Streichhölzer. Warte mal, wo kann ich nochmal Streichhölzer finden? Ah, dafür brauche ich Kerzen, richtig. Oh, da. Ich weiß jetzt wie, Leute. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Das ist die gefährlichste Gang ever. Hier gibt es alle Nachbarschaft, da komme ich ja von. Stimmt. Hab mich nicht gewundert, was ist Nachbarschaft? Okay, Leute, wir sind da. Ich weiß ganz genau, was wir brauchen. Ich geh erst mal hier rein. Hier kommt er normalerweise nicht rein. Hier sieht er mich auch selten. Ich kann leider hier nicht aufs Dach, weil ich noch nicht gestorben bin. Oh, verdammt. Obwohl, der kommt nicht hier rein, Leute. Ich kann mich hier im Küchelag verstecken, wenn ich will. Okay, ich geh raus. Das muss ich nur irgendwie anlocken jetzt. Oder kann ich vielleicht ganz aggressiv... Oh mein Gott. Gib mir die Katzen. Wir haben die Katzen. Dieser Ort ist sehr, sehr klein. Deswegen ist er so gefährlich. Okay, wir haben die Katzen, Leute. Wir können zum Friedhof. Bro, ich kann nicht glauben, dass wir das so gut drin bekommen haben. What? Das hab ich noch gar nicht gesehen. Warte mal. Er ist also nicht der Junge. Was? Du und ich sind gleich. Das stimmt. Die Sache ist, ich sehe dich dort sitzen so klein. Also ich meine, er wurde ja auch anscheinend gemobbt. So hilflos. Manche vergesse ich, dass ich so war. Ja, du musst dich erinnern. Die Beleidigen, die Prügel, all diese schmutzigen und schmutzigen Kinder. Mollig, mollig, mollig. Wieso ist dein Herz entretten? Mollig, mollig, mollig. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Wir haben ein Bild von Jesus. Nein, nein, sei geduldig. Widme dich deiner harten Arbeit, um so viel Geld wie möglich zu sparen. Lasse die Schule aus der Hölle. Es ist nicht gut für dich, Junge. Komm nicht runter, irgendwann wirst du weiterkommen, ich verspreche es. Vielleicht ist es sein Vater. Ich bitte meinen Vater um Hilfe. Nein, er wird nicht auf dich hören. Versteckt viele Geheimnisse, die sie später entdecken müssen, werden sie sehen. Sie werden eine Eismaschine so gut wie er. Mein Wortsohn. Sie können entdecken, wie sie sich an allen rächen. Und das Herz, das klappt nicht mehr. Eine ohne Warte der Hilfe wird zu ihm kommen. Ein Brief von deiner Mutter, in dem sie dir endlich etwas Wichtiges erzählt. Also pass auf, Junge, es wird dir gut gehen. Ach, was für ein gestörtes Kind, Alter. Okay, sehr schön, Leute. Ich habe genug für heute gesehen. Aber wir können jetzt den hier machen. Wunderschön. Jetzt kannst du gerne Kerzen anzünden, Bro. Er geht da hin. Ich habe ihn wo ganz anders gehört, ehrlich gesagt. Aber er macht sie an, wunderschön. Ja, er hat sie angemacht, perfekt. Okay, die sind an, das heißt, ich muss jetzt da irgendwie hin. Ich beobachte hier durch diese kleine Lücke, ob er durchgeht. Ich logge ihn einfach an, was soll's. Oh, da ist er. Oh, oh mein Gott. Kommst du da durch? Ja, kommt ihr durch. Jetzt können wir die Kerze holen und die Bombe auf jeden Fall aktivieren. So, nimm die. Streichholschachtel meine ich natürlich, keine Kerzen. So, aktivieren wir das. Und er sollte angehen, ne, genau. Okay, er ist dort. Ich werde mal hier, ich werde durchgehen, Leute. Okay, sehr schön. Jetzt holen wir den Knopf. Das war im Zirkus, ne, genau. Wehe, der Knopf ist jetzt weg. Dann wäre ich so traurig. Ich würde weinen, ich gebe es zu. Oh mein Gott. Der Knopf ist weg. Nein. Der Knopf ist weg. Ist das ein Scherz? Das ist voll der dumme Bug, Alter. Türknopf ist beim Friedhof. Vielleicht doch nicht. Habe ich ihn doch nicht hier gelassen? Stimmt. Oh mein Gott. Ich könnte doch Glück haben, Leute. Er ist scheinbar im Friedhof nicht hier. War er nicht hier irgendwo? Verdammte Kacke. Nein, Leute. Ich glaube, ich... Oh, ich muss es normal machen. Ich bleibe echt sprachlos. Alles? Okay, ich mache es nochmal. Was soll's? Ich habe gesagt, ich werde es heute machen. Also, let's go. Hoffentlich nicht verzweifelt bin jetzt. So, ich habe die Bombe jetzt erneut gemacht. Ich werde es warten, bis es Boom macht, Leute. Und ich habe sie nicht angemacht, ne? Verdammt. So, machen wir sie erstmal an. Und jetzt habe ich das Item vorher nicht geholt. Aber es könnte sein, dass er explodiert, während er da lang geht. Oh, aber einen juckt es nicht. Sieht aber cool aus. Er ist cool, Leute, weil er nicht auf Explosionen schaut. Jetzt können wir auf jeden Fall zum Kino gehen und dort nach Parfüm gucken. Und dann diesen Türknopf holen. Und ihn nicht wegwerfen, okay? Weil er verschwindet jedes Mal. Ich weiß nicht, wieso. Aber wo muss es sein, Leute? Die sind zwei Millionen Autos. Oder Milliarden. Wo ist er? Oh! Hinter mir. Ich hätte alles gesagt, nur nicht das, Alter. Okay, wo ist das blöde Parfüm? Bitte gib mir das Parfüm. Oh, da ist es okay. Interessant. Ein Parfüm. Nein, der auch nicht. Ja, alle Koffer sind einfach offen. So, die Autos damals hatten gar keine Sicherheit. So, jetzt können wir auf jeden Fall zum Zirkus nochmal gehen. Oh, verdammt, ich habe die Karte vergessen. Oh, nein, ich will das aber nicht wegwerfen. Oh, na super. Oh, oh, ich habe echt Angst, dass das Item wieder verschwindet, ey. Okay, wir haben die Karte. Wir machen jetzt kurz die Tür auf. Ich will nicht, ich will nicht durchgehen. Bitte lass mich zurück. Gib mir das Parfüm. Ah, nee, das Parfüm verschwindet ja nicht. Sondern der Knopf immer, ne? Das hat er mir nicht den Knopf gegeben, Leute. Ich habe den Knopf. Oh, mein Gott. Alter, genau an der guten Stadt ausgegangen auf jeden Fall. Jetzt, bitte, es geht. Friedhof. Bitte, ich habe das Item noch. Ich habe das Item noch. Oh, jetzt komme ich hier aber nicht. Doch, ich komme hier entlang, okay. Jetzt das erste Mal, Leute. Ich mache es jetzt ganz schnell. Oh, mein Gott. Deckel. Käfig-Schlüssel. Käfig-Schlüssel, Leute. Ich habe nicht Schlüssel. Okay, warte mal. Das heißt, theoretisch kann ich ja hier reingehen und einfach das hier benutzen. In der Nachbarschaft. Okay, Nachbarschaft. Schnell hinfahren, Leute. Oh, es passiert. Okay, wir haben sie aufbekommen. Oh, mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, ehrlich gesagt, das könnte stelle gehen. Oh. Wenn ich laufende Wand springe, werde ich mich selbst verletzen. Äh. Äh. Das ist ganz schön dämlich, oder? Okay, irgendwann ist er wieder dort. Stalin. Das ist Liz, deine Schwester. Ja, das ist sie. Wie ist sie dort gelandet? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Sie wollte Eis haben. Was? Oh. Was ist los, Liz? Ich liebe dich vom ersten Tag. So, wie geht es genauso, lebst du mich? Ja oder nein, Mike? Was? Das ist aber nur ein Ende vom Meer an, oder? Vorsitzung folgt. Ist die dumm. Ich kann nicht aus einem fahrenden Van springen, weil ich mich verletze. Alter, bist du ein dummes Kind. Warte mal, folgt die Vorsitzung bei Ice Cream 3, oder wie? Oder ist kommt ein Update, oder ich verstehe das gar nichts. Du hast das Spiel beendet. Also, ich habe das Spiel beendet. Okay, das ist schon mal gut. Also, ich fand die zweite Teile auf jeden Fall noch cooler als den ersten. Haben die gut gemacht, auf jeden Fall. Das Ende war natürlich nicht gerade wie erwartet, aber das macht das Spiel ja nicht schlecht. Es verwirrt mich nur, okay? Weil ich dachte, wir retten sie hundertprozentig und alles wird gut. Und der Typ hat sie anscheinend geliebt. Aber deswegen wollte er auch sein Profum haben, damit er ihm quasi ihr Liebe zeigt. Irgendwie süß auf jeden Fall, aber ich verstehe nicht, wie man nicht rausspringen kann. In diesem Käfig gefangen zu sein und dann nicht rauszuspringen. Okay, Leute, ich meine, ich schätze mal, ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Das war's aber alles noch für das Video. Vielen Dank, wir sollen es schauen. Für mehr von Ice Cream, lass doch noch oben da abonniere und kostenlos, um keine Videos mehr zu passen. Falls du abonniert hast, aktiviere die kleine Glocke da. Und dann wirst du bei Nachrichten, sobald ich das Video hochlade. Und du gehst zur Lockengänge, Fafflockengänge, ach, ach, und du bist meiner, der Ersten dann. In der Beschreibung findest du mein Merch und mein Instagram-Check. Beide es doch gerne aus und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye! Bis zum nächsten Mal.